Kaum zu glauben, aber es stimmt wirklich. Mittlerweile ist es sage und schreibe 20 Jahre her, dass der erste Harry-Potter-Film über die Kino-Leinwände lief. Es folgten 7 weitere Filme, ein riesiger weltweiter Erfolg und ein Skandal um die transphobische Autorin der Romane J.K. Rowling. Trotz allem dürfen sich Fans nun aber auf eine Überraschung zu dem besonderen Jubiläum der Kultstreifen freuen. Es wird eine große Reunion der Harry-Potter-Stars geben. Das bestätigte nun der Streaming-Dienst HBO Max mit einem Instagram-Post. In dem kurzen Clip heißt es, Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint werden zum ersten Mal dorthin zurückkehren, wo die Magie begann. Aber auch weitere bekannte Gesichter aus den Filmen sollen mit Interviews und Making-of-Geschichten mit dabei sein. Darunter Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes und Tom Felton. Das Special trägt den Namen 20. Jubiläum von Harry Potter, Rückkehr nach Hogwarts und wird ab dem 1. Januar 2022 bei HBO Max zu sehen sein. Aus peasants Aus passed er an gouden Aus Aus